So und jetzt weiter mit einem neuen Tutorial bzw. Dungeon Guide. Wir sind wieder auf Lightning Drive und es war jetzt heute mal der Behemoth Dungeon dran. Und mit dabei ist noch Deepay. Ja gut, gedacht zusammen. Genau, hier ist einfach mal Deepay. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Ingame-Namen. Ich denke, das ist in Ordnung, oder? Ja, kein Problem. Okay. Gut, dann schreiben wir nochmal, da ist Revicent. Dann können wir rein, würde ich sagen. Genau. Okay, ich erzähle erstmal ein bisschen was zum Dungeon selbst. Er ist nicht ganz so wie man ihn aus dem Offi kennt bzw. von anderen P-Surfern kennt. Ich glaube in der Regel ist er ja der Boss, also Behemoth selbst, 136 oder so. Ja, irgendwie so was. Glaube ich. Irgendwie so im Dreh. Hier ist es ein bisschen anders. Und zwar ist der Dungeon hier generell erst ab 130 zugänglich. Und Behemoth selbst ist Level 152. Das heißt, es macht auf alle Fälle Sinn, denke ich mal, wenn man 150 ist vom Level her. Wenn man wirklich farmen will. Ja. Deswegen bin ich auch gerade 133. Und ja, normalerweise kennt man es eher, dass Behemoth selbst dann die Behemoth-Waffen droppt. Ähm, hier ist es minimal anders. Und zwar droppt er hier dann die Token. Ich weiß gar nicht, droppt er Waffen auch manchmal oder nur Token? Ne, nur Token. Nur Token, okay. Da ist es nämlich, hast du gesehen gerade? Hm, hab ich gesehen, ja. Okay. Dann brauchst du einfach Guards spawnen. Ja, scheint ein bisschen tricky zu sein, also. Soll ich mal irgendwann den Dungeon mal selbst farmen, dann wird dringend was und so. Weiß ich auf alle Fälle, dass dir wieder alle zwei Minuten stirbt. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen. Hm. Ja, dann geht's wahrscheinlich. Ja, ansonsten, was kann man dazu sagen. Ähm, ich weiß gar nicht auswendig, wie viel Behemoth normalen HP hat und wie viel Damage er macht. Ich glaub nämlich sogar, dass der gar nicht mal so special ist. Ähm, im Vergleich zu anderen HPs davon schon. Aber, äh, hier hat er aktuell 480 Millionen HP. Ähm. Ich glaub im Office hat er auch irgendwie irgendwie um die 400, 420, 430 oder so. Oder 380. Kann sein, dass es gerade auch verwechseln mit Kalkers oder so. Auf alle Fälle, ähm, ja, für, für einen PS-Server hat er auf alle Fälle ziemlich gut HP. Äh, für einen PS-Server hat er um, ja, 150, 200 oder so. Also von dem her hat er hier um einiges mehr. Und mit 500k Damage, äh, Enrage. Oh, das dringen wir's dann. Ja, genau das meinst du. Hättest du da jetzt drauf gekloppt, äh, hast du nen PS-Server. Mhm. Genau, ja, das war... Das war zu nah. Ja. Ja. Ja, ist schon ein bisschen tricky. Also die haben's schon ein bisschen schwerer gemacht als, äh, als wir's vielleicht sonst kennen so. Ja. Zumindest das die normalen Monster spawnen, also das normalen Monster, Monster spawnen ist mir jetzt persönlich auch neu. Mhm. 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 Das war's aber nur bei, äh, den Säulen oder Statuen oder was weiß ich. Genau, ja, die komischen Poplarone-Dinge da. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du ungefähr was zu sagen, wie viele Runs man braucht für ne BH-Waffe? Beziehungsweise, ähm, wie viele Token es uns vertrappt pro, äh, BH-Mod? Ähm, ja, Durchschnitt ist so 15 Token und man braucht hier 100 für ne Waffe. Ja. Oh, okay. Ja, also dauert schon ein bisschen. Das geht eigentlich. Ja, ja, also eine Waffe ist halt schnell gefarmt schon, aber wenn man halt die ganze Gilde dann... Ja, gut, die ganze Gilde, das dauert eine Weile, ja. Ja. Das ist ja krass, was du für ein Damage machst. Ja, ist halt 150, die Statuen sind halt. Ja, das ist ja nicht so. Weißt du, dass da eh nur irgendein Ede der ganze Zeit hier Quersman draussballert und so? Dann weißt du den gleich weg? Das hätte quasi der andere gemacht jetzt, ich glaube der. Ach so, ja stimmt, du hast das gleich gesagt von Ede und so, ja. Ja, macht Sinn. Ja. Warte, warte, warte. Ey, jetzt hab ich dich extra nach vorne gestellt. Ja, das ist ja gut. Der, der... Miniao, Miniao... Ist ein anderer, oder? Ja, da also das bin ich nicht. Das ist ein Kollege. Dann macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt mit dir rede und so. Also Übertragen hast du ja. Okay. Das sind die 15 Token, die man eigentlich tropft mit Umhang, oder? Also mit Tropicalock. Ja, mit COH. Okay. Ja. Also es kann auch mehr geben, aber es kann auch viel weniger geben. Also... Mhm. Also 3 ist ja eigentlich das, wie normal es sowas geht. Okay. Ja, 3 ist dann schon ziemlich wenig. Ja. Na gut, ich dachte mal so am Anfang, ähm, bei dem Event da, bei der Invasion, ähm, hab ich irgendwie einen Token getraubt und so und dachte ich mir, ja gut, vielleicht tropft irgendwie so 2 Token oder so wie auf den meisten Surfern bei irgendwelchen Bossen. Äh, und dann bist du irgendwie bei 100 Token irgendwie eine halbe Ewigkeit beschäftigt und so. Aber, ja, wenn man so 3 bis 15 oder so tropft, oder vielleicht sogar mehr mal Glück hat, dann geht's eigentlich, also... Ja, ja. Ja, hast du dann, äh, ja, 7 Runs oder so. Das geht. Kommt auch immer halt aufs Lack an, ne? Mhm. Also, ist ja immer so. Ja, ja. Ja, Flive ist ja generell so, so ein Game, ähm, eigentlich brauchst du nur, äh, Lack an Flive. Was anderes, ja, was anderes ist eigentlich eher zweitrangig. Also, ne, 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 eben zehn mal gesagt. Ja, natürlich, ne, 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 ne. Ja, ne, 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 ne. Aber irgendwie fehlt mir ein bisschen die dämonitische und Grundschutzung. Es ist gar nicht so einfach her. Apropos, lol, jetzt muss es sagst ja, ich kann ja... ...jus. Ist ja voll geplant. Äh, schon. Wir haben noch die Dinger hier. Die habe ich noch nie auf dem Server hier. Ja, ich glaube das sind die normalen Waves. Wow macht die Damage. Also einen Hit halte ich aus. Aber dann wird es kritisch. Dann wird es kritisch, ja. Ja, also die Waves sind hier kaum der Standard. Ich bin gar nicht sicher, ob der Krypt da vom Off jetzt 40 oder 45% bringt. Hier bringt er 45, aber ich glaube das war im Off wie genauso. Ja, der bringt ihn auch 45. 45, ja. Soweit ich weiß. Ja, teilweise variiert es von Surfer zu Surfer, aber... Ja. Irgendwas hat sich so eine Erinnerung. Ja. Eigentlich fast ein bisschen schade, aber... Na ja. Ich weiß gar nicht, wie viel damit hast du vorgemacht? 486k? Und... Jetzt irgendwie zwei kam mir alles so mit dem Buff. Ja. Ja. Ich glaube... Beats sind mir ausgelaufen. Mhm. Aber nein. Eigentlich bisschen schade irgendwie, weil... Ich weiß nicht so von Ranger, oder von Ranger generell wurde hier einiges verändert. Aber vom... Äh... Dinger sind hier... Vom... Vom BP, beziehungsweise von den 30er-Skills... Äh... Irgendwie leider so fast gar nichts. Ist das ein bisschen schade eigentlich. Ja, also Ranger auch früh. Äh... Äh... Ja, Ranger ist ziemlich stark. Also... Beziehungsweise ich weiß nicht, wie es sich dann später im GW und so verhält. Und dann war ich bisher noch nie dabei. Oder nicht mehr zugeschaut, ehrlich gesagt. Äh... So rein von den Buffs hier und so und vom PvE-Damage scheint das schon... Ja. Gar nicht mal so schlecht zu sein. Ja. Ja. Na so gegen BP habe ich eigentlich nie wirklich so gespielt. Darum weiß ich auch nicht, was sich verändert haben könnte. Mhm. Also gut, das BP... Äh... Da wurde glaube ich nochmal... Äh... 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 Und das ist halt ganz nett und so. Aber ansonsten glaube ich ist halt alles eigentlich standarder. Lohnt es sich eigentlich mehr mit nem Psy äh... Äh... Aber... Zwei Millionen rum oder so. Eineinhalb, zwei Millionen. Ja ja. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht äh... wie man mit End Equip macht, aber... Zwei Millionen ist easy clean. Mhm. Naja gut, aber... Ich überleg grad so, ob du mit nem Blade äh... hier schneller vorankommst. Aber ich glaub nicht. Als zumindest dass du mit nem Boss selbst ähm... Ähm... Ich sag mal... Wie viel geht drauf? Ungefähr ein Simtel machst du glaub ich noch so'n Damage? Äh... Von den geblockten Hits? Ähm... Also in B war ich noch nie mit Blade. Ähm... Da kommt auch nichts drüber, also... Ne. Also mit Cursed man ihn auf keinen Fall. Hab grad überlegt und so, aber... Klar, das muss man auch noch bedingen. Kommt der auch fast auf... Ja, mit äh... Holy Cross auf zwei Millionen oder so. Außer dann Self im Leben halt. Ne, wenn du schon 500k machst und dann... Mit HC und Cursed ist halt... Zwei Mille... Immer drin. Ja. Das ist dann schon krass. Also... Ist halt echt stark. Ja. Da brauchst du dann kein Blade mehr so. Das ist klar. Also ich mein, wenn der wieviel? 480 Millionen hat... Äh... Und du irgendwie zwei Mille machst, dann... Ja. Ja, der klaut dann halt nur noch HC, der Blade. Ja. Sowieso, ja. So, machen wir mal... Tank. Ist ein Pet rein oder so? Na, das ist hier gut gemacht. Also hier musst du echt nichts reinnehmen. Oh, würd ich gleich mal sagen. Echt? Echt? Wollen wir uns probieren... Sun Press 2 reinbimmen? Äh... Hatte ich schon oft DCs. Also vor allem von diesen... Äh... Von Ebene 1 zu Ebene 2 oder so. Oder von Ebene 3 auf 4 und so. Äh... Da hatte ich... Viele Probleme. Da hatte ich echt mega viele Probleme. Also... Da hatte ich schon öfter DCs. Nicht immer und nicht unbedingt oft. Aber... Ab und zu, ja. Okay. Also ich hab mal einen DC bekommen. Im B hier. Zumindest. Da bin ich auch recht glücklich drüber. Hm. Ja, das wär ehrlich. Dann immer alles durchlaufen und so. Und noch schlimmer Crystal Dungeon. Ja. Achso. Wollen wir auf DAVs hier? Okay. Also ähm... Macht draufhauen Sinn? Beziehungsweise ähm... Switch der das Target? Oder spawnt irgendwelche Viecher oder so? Ähm... Das ist halt das Ding. Der spawnt auch Viecher. Da geht's um den înnofeed. Ja. versuschloff... Ja? 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 Das ist halt das Ding. Ja. Da ist schon mal so. Dann da bin ich auch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020